Liebe Schwestern und Brüder, liebe Videogemeinde, ich begrüße Sie herzlich zur neuen Videobotschaft hier an einem ganz besonderen Ort. Wir sind ganz oben auf den Kirchturm geklettert, hier in der St. Andreas Gemeinde, auf der St. Andreas Kirche und sind jetzt über den Dächern sozusagen des Kirchspiels Emsbüren. Ich hoffe, dass Sie mich auch trotz Wind gut hören können. Ja, hier stand ich vor zwei Wochen am 14. Februar und habe von hier Fotos gemacht. Morgens während der Frühmesse, es war 11 Grad minus und überall war ganz viel Schnee. Ein wunderbarer Sonnenaufgang und der Schnee ist weg und wie Sie auch sehen und selbst ja auch spüren, es fühlt sich jetzt alles nach Frühling an. Bei mir im Fahrgarten ist es so, dass die Kaninchen ihre Bauten verlassen haben und jetzt munter über die Wiese sausen und tollen und man merkt einfach, die ganze Natur explodiert, geht nach außen und ich spüre das bei mir selbst und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch so empfinden, das Gefühl, es kommt Frühling, man will raus. Wir sind alle genug zu Hause gewesen und genug im Haus gewesen und der Radius, in dem wir leben, finde ich, ist durch Corona so eng geworden. Also das Bedürfnis, rauszugehen und dazu ist mir ein Wort aus der Heiligen Schrift eingefallen, aus dem Psalmen und zwar aus dem Psalm 18. Ein Gebet, was König David gebetet hat und da kommt dieser wunderbare Satz drin vor, Gott, du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Und das ist ein so schönes Wort und ich finde, es passt für mich jedenfalls gerade wunderbar in diesen frühen Frühling, den wir gerade erleben. Und ich finde, dieser Satz, du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell, diese Weite ist eine äußere Weite und eine innere Weite. Die äußere Weite, wir haben Lust nach draußen zu gehen und ich kann Sie nur ermutigen und ich mache das auch, wenn Sie das auch so empfinden, Spaziergänge zu machen, eine tolle Fahrradtour zu machen. Wenn Sie über 50 sind, wie ich, sich möglicherweise in ein Elektrofahrrad zu kaufen, wenn Sie das wollen, jedenfalls nach draußen zu gehen und einfach das zu genießen. Oder, was ich jetzt auch schon vor einigen Wochen gemacht habe, mit einem guten Freund, einfach ins Auto sich zu setzen, zur Nordsee zu fahren und die wunderbare Nordsee- und Meeresluft einzuatmen. Also, einfach rauszugehen, sich zu bewegen, nach draußen zu gehen, du führst mich hinaus ins Weite. Aber, und das werden Sie vielleicht auch so spüren, es gibt auch eine innere Weite, die nichts mit Kilometern zu tun hat, sondern wie kann ich innerlich das Gefühl bekommen und die tiefe Gewissheit, eine innere Weite zu empfinden. Und das geht mir so, wenn ich mit lieben Menschen zusammen bin, dann empfinde ich eine innere Weite. Und wenn ich mit Gott zusammen bin, wenn ich bete, wenn ich an ihn denke, wenn ich mich für Gott öffne, empfinde ich eine innere Weite. Dann ist Freiheit da, dann ist Aufatmen da. Und, ja, und das ist einfach etwas sehr Schönes. Wenn wir geliebt werden und die Liebe spüren, dann werden wir innerlich ganz weit und unser Herz weitet sich. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Am Ende dieser Videobotschaft ein kurzer Gedanke. Sie kennen das, ein Pastor sagt eigentlich immer in der Fastenzeit, tut Buße und bekehrt euch. Und man gibt einem sozusagen, es werden uns Fastenvorsätze ans Herz gelegt. Ich würde Ihnen einfach den Fastenvorsatz oder den Vorsatz für diese neue Woche geben. Tun Sie sich etwas Gutes. Die Belastungen durch Corona sind für uns alle sehr viel. Für die Kinder, für die Jugendliche, für uns Erwachsene. Das ist eine belastende Situation. Und einfach gegenzusteuern. Tun Sie sich etwas Gutes, was Sie glücklich macht. Und was Sie das spüren lässt, was König David sagt. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Und so wünsche ich Ihnen eine gute, gesegnete und schöne neue Woche. Und so wünsche ich Ihnen eine gute, gesegnete und schöne Woche. Und so wünsche ich Ihnen ein paar Tage.